Eine spannende Situation an den Märkten aktuell. Grund genug, dass wir uns das mal genauer angucken sollten. Und zwar einerseits beim DAX und auf der anderen Seite beim Dow Jones und zwar beim Index. Aber eins nach dem anderen, wir fangen mal an mit dem DAX, denn viele haben mich schon angeschrieben, haben gesagt, Mensch, die Bewegung, die wir jetzt hier nach oben haben, das ist jetzt hier der FDAX, also das Teilstück, was auch zu den außerbörslichen, also nicht DAX Index Zeiten mitläuft, das sieht doch gar nicht so doll aus, oder? Ja, in der Tat, wenn man sich das mal anschaut hier im 4-Stunden-Chart oder lasst uns das mal im 15-Minuten-Chart so ein bisschen genauer angucken, dann sehen wir, dass wir letzte Woche hier von dem Tief ausgehen, zwar eine Aufwärtsbewegung hatten, aber durch diese vielen Rücksetzer, man den Eindruck hat, das ist doch wieder korrektiv, das ist doch wieder nicht die Dynamik nach oben, die wir gerne hätten, sondern ist nun ganz klassisch eben Korrektivverlauf, auch der Anteil an Aufwärtsbewegung, da hat man eher die Meinung dynamisch runter, wackelig nach oben, also nochmal eine Fortsetzung nach unten, also egal, ob man das hier so im Kleineren guckt, oder ob man diese gesamte Bewegung seit dem Tief hier anschaut, der deutsche Aktienmarkt scheint noch nicht wirklich schwanger zu gehen mit dem Gedanken, nö, jetzt starten wir so richtig durch. Schön wäre es jetzt, das muss nicht so kommen, aber schön wäre es, dass wir nochmal einmal tiefer gehen. Warum das? Weil dann hätten wir ein neues Tief und die Chance für einen neuen guten Anstieg, nämlich mit einer Dynamik hoch, wackelig runter, sodass wir sagen können, was wir hier nicht hingekriegt haben, was hier verhunzt war sozusagen in der Bewegung, das könnten wir hier nochmal richtig machen, nochmal richtig gut machen, nämlich mit der starken Aufwärtsbewegung, die Dynamik hoch, wackelig runter und dann eben die Geschichte in die Richtung. Also hier nochmal einmal das wackelig, dann wieder nach oben und die Fortsetzung runter, wenn sie nochmal tiefer ginge, wäre das gar kein Schaden, vielleicht sogar so lang wie diese hier. Das ist ja immer so ein Orientierungspunkt, wenn es ein bisschen länger ist, hätten wir den Vorteil, dass wir sogar noch ein neues Tief haben. So sieht die Situation aktuell beim DAX Future aus. So, gucken wir ganz kurz auf den Index, da sehen wir, das Bild ist... Nee, ihr merkt schon, ich bremse mich. Das Bild ist ein bisschen anders. Das ist jetzt der Index und wir gehen wieder auf den 15-Minuten-Chart. Also das Teilstück, was nur während der offiziellen Handelszeit, also während die Aktien auch gehandelt werden, gezeigt wird. Und dann sehen wir, dass wir hier eigentlich eher so eine fünffällige Aufwärtsbewegung haben. Dann hatten wir so unseren Klassiker, eine Dynamik runter, ABC, ABC ist wackelig, nach oben und nochmal diese Fortsetzung runter. Also ihr seht, hier ist das Bild sogar ein bisschen klarer, wenn man sich diese Bewegung anschaut. Das würde allerdings bedeuten, falls der Kurs jetzt hier den Dreh tatsächlich schafft, dann wäre das für den Aktienmarkt ein Trigger eigentlich, um diesen Anstieg, den wir hier vorne zu haben, da hinten nochmal zu bekommen. Zugegeben, das ist für mich kein gutes Einstiegsniveau. Der Logik nach, ja, aber es ist einfach zu weit weg. Das heißt, ich würde in diesem Fall eher versuchen, dass wir sowas wie hier finden, so 1, 2, 3, 4, 5, dann wackele ich hier die Abwärtsbewegung. Also sprich, wenn wir sowas hier im Kleinen nochmal bekommen, wäre mir das deutlich lieber. Also ihr seht schon, worauf ich da hinaus will. Ich möchte genauso dieses typische Verhalten, nämlich die starke Abwärtsseite, so wie diese, eine ABC oder wackelige Gegenbewegung und anschließend dann nochmal die Fortsetzung. Das ist immer so das, wonach ich gerne mal schaue. Das wäre etwas, was ich für den DAX mir vorstellen kann. Dafür ist es aber jetzt extrem wichtig, dass das, was sich jetzt hier anschließt, eine Dynamik nach oben entwickelt und dann wackelig runterkommt, um anschließend dann quasi uns vielleicht auf kleinere Ebene den Trigger zu bieten. Also die Logik dieses Einstiegs ist die gleiche wie diese. Das Problem ist nur, wenn ich hier eine 1 zu 1 Projektion nach hinten kriege, dann habe ich eine realistische Chance, dass ja auch diese 1 zu 1 Projektion sich noch anschließt. Das heißt, ich habe Ziele, die dann irgendwo hier oben liegen. Und das bei einem relativ überschaubarem Risiko. Das heißt, ihr seht, dass das CRV relativ gut ist. Ihr seht also, auch ich kann nicht die Zukunft sehen, ob das passiert, aber das wäre ein Wagnis, was ich finde, was man eingehen kann. Diese Verlustgröße gegenüber diese Gewinngröße. Das kann man sogar enger fassen für die Intraday-Aktiven, aber ich sage jetzt mal, irgendwie sowas in der Größe gegen so etwas, das klingt schon nachvollziehbar. Vielleicht ist das euch ein bisschen klarer, was ich hiermit meine. Ja, aber wie geht das jetzt mit dem Streit? Das passt doch nicht. Dann ist doch der eine, passt nicht zu dem anderen. Ja gut, das ist tatsächlich ein Grund, weshalb es auch hier wichtig ist. Obwohl ich hier eine Meinung habe, die mir sagt, Mensch, lass uns doch mal hier noch ein bisschen noch mal nach unten gehen. Achtet darauf, ob wir hier im Intraday-Handel Schub hoch bekommen, wackelig runter, so ähnlich wie hier dynamisch hoch, wackelig runter. Die Fortsetzung, das ist etwas, was genauso wie hier die Dynamik hoch, wackelig runter und dann die Fortsetzung. Dann ist das mit da unten halt doch nichts und der Kurs läuft halt hier nach oben weiter. Und dann müssen wir später gucken, was wir mit dieser Situation machen, wie wir die vielleicht hier noch auflösen können. So, aber ich habe den Dow Jones erwähnt und der sieht herzallerliebst aus. Gucken wir uns den mal an. Das ist jetzt hier der Dow Jones Index wohlgemerkt. Also auch wiederum das, was nur zur normalen Handelszeit, also 15.30 bis 22 Uhr läuft. Nicht der Future, also nicht das handelbare Instrument, sondern der Index, der die Aktiensituation widerspiegelt. Auch hier haben wir ganz klar die Dynamik nach oben. Wir haben ganz klar ein ABC oder vielleicht wird es auch noch ein wackeliges Bild nach unten. Das spielt gar keine große Rolle. Das Teilstück, denke ich mal, sind wir uns alle im Klaren, sieht nicht gleichermaßen dynamisch aus wie die. Das heißt, wir haben eine realistische Chance, wenn dieses Zwischenhoch hier gerissen wird, dass der Aktienmarkt die Begeisterung nochmal mitträgt und sagt, das, was wir hier vorne haben, das geht da hinten nochmal. Sprich, wir zielen beim Index irgendwo hier, kann ein bisschen niedriger sein, kann ein bisschen höher, vielleicht sogar noch höher. Aber mit einer realistischen Chance, dass wir uns erstmal nach oben absetzen. Der Rücksetzer, den wir hier hatten, der ist tief genug gefallen. Wir können das mal hier eben ganz kurz andeuten. Das ist der Startpunkt, der Endpunkt der dynamischen Bewegung. Wir sind mit dem tief ungefähr bis zur 38er Marke gelaufen. Das würde also passen. Also ich halte diese Überlegung für absolut gangbar. Also gute Nachrichten, was den Markt heute Nachmittag oder die nächsten Tage vielleicht auch noch angeht, nämlich mit Erwartungshaltung nach oben. Wie passt das wiederum mit dem Future zusammen? Ich sage mal so, eigentlich würde ich eher mir noch erwarten, erhoffen, dass das, was wir hier hatten, die Dynamik 1, 2, 3, 4, 5, dass wir hier vielleicht doch nochmal einmal runterkommen und anschließend nach oben gehen. Dann sind die Bilder wieder passend. Ja, aber runter, du hast doch eben gesagt long. Vorsichtig, jetzt gehen wir wieder zurück zum Index. Es ist ja denkbar, dass wir hier nochmal einmal tiefer gehen und anschließend erst nach oben. Also deshalb der Trigger nur als eine Indikation. Den Index per se kann man ja sowieso nicht handeln, aber als Indikation dafür, ob der Aktienmarkt schon willens ist, nach oben zu gehen oder nicht. Ich weiß, ich habe jetzt viele verwirrt. Viele sagen sich auch, das ist doch alles Quatsch. Woher soll man am Chart ablesen, was die Zukunft bringt? Das ist natürlich Quatsch. Wir können am Chart nicht erkennen, was die Zukunft bringt. Wir können am Chart aber erkennen, ob die Marktteilnehmer gewillt sind, auf irgendetwas aufzuspringen oder ob sie so zögerlich sind, dass man sagt, nee, die haben einfach keinen Bock. Die müssten massiv überzeugt werden. Das heißt, wenn eine ganz massive Nachricht kommt, lassen sie sich auch vom Gegenteil überzeugen. Wenn es aber nur eine normale Nachricht ist, dann sagen sie, habe ich euch immer gesagt, da springe ich mit auf. So, ich hoffe, dass euch das ein bisschen weiterbringt. Euch erstmal alles Gute. Liebe Grüße, viel Erfolg an den Märkten und bis zum nächsten Beitrag.